Du fragst dich, wie viele meiner Teilnehmer auch, jetzt bin ich endlich soweit, ich traue mich Frauen anzusprechen, aber bei zwei Frauen, bei drei Frauen, bei einer Gruppe traue ich mich noch nicht. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz entspannt zwei Frauen, eine Zweiergruppe ansprechen kannst, wie du flirten kannst und wie du dafür sorgst, dass die Freundin dir das Set nicht zerstört. Und herzlich willkommen bei den Ultima-Team-Verführern. Wir sind ein Flirtkanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen mit Leichtigkeit in jeglicher Alltagsituation ansprechen, daten und verführen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Entschuldigung, eine paar junge Damen, ganz kurz Entschuldigung. Also sprichst du weiter Deutsch? Ich wollte euch nur ein Kompliment nehmen, ihr seht weiter gut aus, aber du bist französisch. Du sagst mal ganz kurz Hallo. Hi, Edis. Du bist mir ein bisschen zu klein, ja. Du bist ukrainisch, oder? Ja, ukrainisch. Privit Svetlana. Privit Svetlana. Jak skraber harno? Jak skraber harno? Ja, dobre. Was denkst du, wo ich herkomme? Hm? Was denkst du, wo ich herkomme? Du, Ukraine, ich? Ja. Arnimann-Bogt? Türkei? Hier siehst du am Anfang, wie du ganz entspannt beide Damen stoppen kannst, laut und deutlich, mit Energie. Du stellst dich bei der Freundin zuerst vor, dann bei der Dame, die dich am meisten interessiert. Das wäre die beste, ideale Vorgehensweise. Wenn du es umgekehrt machst, halb so schlimm. Jetzt kannst du sagen, du bist mein Typ, du gefällst mir am besten. Oder, was habe ich charmant gesagt? Ich finde, du siehst gut aus. Und zu der Freundin, du bist mir ein bisschen zu klein. Die Freundin war, glaube ich, so groß wie ich, vielleicht zwei, drei Zentimeter größer. Und ich habe nicht gesagt, dass ich die Freundin besser finde, sondern ich habe gesagt, du bist mir einfach ein bisschen zu klein. Oder, was ich auch mal gerne sage, ist, deine Freundin ist mir zuerst aufgefallen. Man kann es charmant machen. Das ist wirklich egal. Du kannst auch straight sagen, du bist halt voll mein Typ. Hi. Man stellst dir dich vor. Und was du dann siehst, ist, wenn du siehst, die kommen aus einem Land wie Osteuropa, du kannst vielleicht zwei, drei Wörter von der Sprache, dann sag das. Zum Beispiel habe ich jetzt gesagt, jaks praver harna. Das heißt so viel wie, wie geht es dir, meine Hübsche, an die Ukrainer, wenn es falsch übersetzt ist. Bitte, ihr könnt mich gerne korrigieren. Aber so in dem Sinn hat es. Und dann freuen sich die beiden Damen. Und du sagst zu beiden Frauen, in dem Fall, weil beide aus der Ukraine kommen, da freut sich die Freundin auch. Und dann fängst du an, mit der einen kleinen Frau, die dir am besten gefällt, weiter zu flirren. Ja? Oh mein Gott. Evit? Tut sie? Ja. Ich war gerade Starbucks mit einer Kollegin. Und da habe ich euch gesehen, ihr seid so an mir vorbeigegangen. Okay, ja, danke. In der Türkei ist es normal, wenn dir eine Frau gefällt, dann sprichst du sie direkt an. Ah, okay, ja, danke. Also ich will dir nichts verkaufen, ich bin auch nicht betrunken. Ja, ich verstehe. Kein Wodka, nie jetzt, nein. Kein Wodka, nie jetzt. Nie, 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 nie. Nein, ja, ich verstehe, weil in der Türkei das ist... Genau, normal. Ja. Bist du aus Augsburg, oder? Ja, wir wohnen in Augsburg. Gastronomie. Ich habe dich noch nie gesehen, deswegen. Ah, okay. Aber jetzt ist unser Valentinstate nach drei Tagen. Du siehst wieder, wie ich weiter flirte, erstmal abfrage, wo die Damen herkommen, was sie denken, wo ich herkomme, um ein bisschen ein Flirt aufzubauen. Wichtig ist, sag nicht direkt, wo du herkommst. Das machen viele Teile nicht mehr falsch. Sie sagen, ah, du kommst aus Deutschland. Ja, cool. Ich bin auch Deutscher. Nein. Mach's geschickter. Lass entweder die Frau von sich aus investieren. Wenn sie schon mehr Interesse hat, dann würdest du sagen, und wo kommst du her? Oder du schaust in die Augen, ah, wow, du bist Deutsche. So cool. Also da, wo ich herkomme, sind wir nicht so cool. Wie? Wo kommst du denn her? Zack. Zack, was denkst du, wo ich herkomme? Oder ganz entspannt, und was denkst du, wo komm ich denn her, die gut aussehen und charmanten Männer? Ja, ein bisschen sexualisieren, ein bisschen polarisieren. Und in dem Fall hast du gesehen, sie hat gefragt, ob ich aus der Türkei bin, hast du erraten. Da hat man gleich einen guten Vibe, hab gesagt, hast du schon mich gesucht, ein bisschen meinen Standardflirt in dem Fall. Und dann frage ich raus, ob sie aus Augsburg ist. Das ist der nächste Schritt. Du musst rausfinden, ob die Logistik passt von den Frauen, ja. Ja, vielleicht sind es zwei Freundinnen, die jetzt, keine Ahnung, aus München kommen oder aus Regensburg, ein bisschen weiter weg, nur einfach für den Tag in Augsburg sind. Vielleicht fahren die dann heute Abend wieder weg. Dann, wenn du merkst bei der Logistik, okay, du sprichst auch eine einzelne Frau oder eine Gruppe an, ist egal. Die Frau hat wenig Zeit oder die muss bald wieder gehen. Dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, wenn sie nicht jede Woche jetzt nach Augsburg oder in dem Fall, wo du halt herkommst, herkommt, dass du dann weiter im Gespräch bleibst. Dann sagst du, hey, alles klar, dann siehst du das Kompliment und gehst. Weil verschwende deine Lebenszeit nicht. Wenn die Logistik nicht passt, dann geht. Es lohnt sich einfach nicht, dran zu bleiben. Und vom Style Kosmetikerin oder Verkauf? Arbeit. Ich liebe Modeldesign. Man sieht's, ja, richtiges Model hier. Sieht gut aus, ja. Und du? Architektur. Lernen Deutsch. Ah. Aber sag, sie ist auch gut. Sie sieht auch gut aus. Du выглядest sehr schön. Ehrlich. Danke schön. Äh, danke. Ja, für dich. Was sagst du, was ich mache? Außer mit dir zu flirten. Oh, ich weiß nicht, vielleicht... Ohne diese Handwerkskursche. Sei mal, du, der Mensch, die mir zuhört. Ich rauche wirklich nicht. Das freut mich. Ich rauche nicht. Aber schau mal, da hinten sind Leute, kannst du mal fragen. Da raucht eine. Ich rauche wirklich nicht. Ich rieche mich nicht zu behmensmäßig weg. Aber ich habe nur gefragt. Ich habe nur gefragt. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, wie du siehst. Hier siehst du wieder ganz schön, das kann dir auch mal vorkommen, wenn du Frauen ansprichst. Da kommt irgendeine random Person, in dem Fall, glaube ich, ein Junkie, der war ein bisschen auf Koks, so wie der sich benommen hat. Und zwar nicht ernst. In Augsburg gibt es einfach ein paar Menschen mit Drogenproblemen. Und hat mich nach einer Kippe gefragt. Er hat gesehen, dass ich gerade mit zwei Frauen flirte. Das, was er gemacht hat, war wahrscheinlich mit purer Absicht. Es gibt einfach Menschen, die gönnen es einem nicht. Aber halb so wild. Die Motivation ist ja eigentlich wirklich egal. Du hast gesehen, was ich gemacht habe. Ich bin cool. Du bist so, ey, ich rauche nicht. Ich rauche wirklich nicht. In dem Fall hat es auch gestimmt. Ich habe gesagt, hey, ich rauche nicht. Schau mal, frag einfach Menschen da drüben. Ich habe versucht, den einfach abzuwinken. Da hat er so, du willst mich hier abspeisen. Ich so, ja, komm, geh. Bleib einfach cool. Du hast auch schon bei meinen anderen Infos gesehen, wo ich eine Mitarbeiterin im Hotel angesprochen habe. Da kam eine Kundin. Einfach cool und gelassen und entspannt bleiben. Lass dich niemals aus der Balance bringen. Fokussier dich nicht auf die Person, die stört. Weil dann werden sich auch die Frauen auf diese Person fokussieren. Mach einfach ganz kurz. Sag der Person ab. Wink ab. Kannst du vielleicht ein, zwei Sätze sagen. Und danach wirklich Fokus auf die Frau. In die Augen schauen, lächeln. Und einfach weiter flirten, als ob nichts geschehen ist. Ingenieur. Ingenieur, ah, okay. In Luft- und Umfahrtechnik. Hier oder? Beirat- und Drons. Beirat- und Drons. Ingenieur, ja, in Luft- und Drons. Oh, das ist sehr cool. In München, in München habe ich studiert. In München, okay. Ich arbeite auch in München. Echt? Wo? Äh. Äh, im Modellagentur. Ich dachte, Models sind immer so klein, aber du bist so groß. Ja, aber... Aber ich arbeite nicht als Model. Wir zwei sind dann Traummodels. Wir gehen zusammen in Urlaub. Antalya, machen Urlaub und scheiß auf den Models. Antalya. Ja, gutes Essen. Schöne Frau. Hier siehst du gleich zwei meiner geheimen Techniken, um Frauen, bei den Frauen zu polarisieren, ein bisschen zu sexualisieren und um den Flirt spannender zu machen. Das Erste ist, sie sagt, sie ist bei einer Modeagentur. Ich ignoriere bewusst und sage, sie ist bei einer Modelagentur. Also ich nehme das, was sie sagt, tue mir die Welt ein bisschen so machen, wie es mir gefällt. So wie die heutigen Medien in unserer Zeit machen ja nichts anderes. Und damit tun wir ein bisschen die Frau ein bisschen necken. Und dann habe ich gesagt, ich dachte, Models sind doch eigentlich sehr, sehr klein. Du bist ja schon sehr, sehr groß. Weil die Frau ist etwas kleiner als ich und habe es dann quasi eine Art Inverse benutzt. Ich habe die Realität, dass sie klein ist, vertauscht, dass sie groß ist, ein bisschen Kopfkino mit ihr gespielt, ein bisschen geneckt, charmant dabei gelächelt, ein bisschen frech gegrinst und das wiederum wird polarisieren. Und das ist der Unterschied zwischen einem Flirt, wo die Frau sagt, alter krass, was sagt der Typ, hat es noch nie einer getraut oder einer, der einfach ganz normal cool redet, wie einfach jeder beliebige Arbeitskollege auch. Und wenn du nicht verpassen möchtest, wie du deinen Flirt verbessern kannst, auf was es ankommt, auf die Rhetorik, auf Kleinigkeiten, dann abonniere jetzt den YouTube-Kanal und dann verpasst du keine weiteren Tipps zum Bereich Dating, Flirting, Frauen ansprechen und alle kleinen Hacks, die dazu notwendig sind für eine erfolgreiche Verführung. Befalle ich dir auch grundsätzlich? Du schaust so voll skeptisch. Nein, ich bin nicht so skeptisch, aber in der Ukraine habe ich einen Freund. Ja, und in Deutschland hast du jetzt auch einen Lover, kein Problem. Achso, bist du ein richtiger Freund? Ja, ein richtiger Freund. Wie jung bist du denn? Ich weiß, man fragt Frau nicht, aber du siehst aus wie Mitte 20. Ja, 20. 20? Ja. Was denkst du, wie alt ich bin? 25. 23. 23. Ich werde jetzt 24 im März. 23. Tag, cool. Eine ehrliche Frage. Ich respektiere deine Situation. Ich bin froh, dass du treu bist. Aber wenn du Single wärst, gefalle ich dir auch. Nein, gar nicht. Wirklich, wirklich. Okay, okay. Wenn du Single wärst. Okay. Ja? Ja. Ich will auch gar nicht deine Nummer oder euch länger aufhalten. Ja, genau. Ich finde dich wirklich sehr hübsch. Ich werde dir meine Nummer geben und wenn es mit deinem Freund nichts werden sollte, kannst du dich melden. Und wenn es mit ihm was wird, dann euch füge. Dann nehme ich deine Nummer. Genau, und wenn du Single bist, wenn du Lust hast, schreib mir. Ich kann nicht meine Nummer geben. Will ich? Nein, nein, will ich nicht. Ich will auch nicht. Nur wenn du Single bist. Okay. Ich war mal verlobt, weißt du? Ja, ja, genau. Ich bin das. Okay. Ich schreibe. Wenn du Lust hast. Darf ich? Ja. Kein Pulle. Okay. Nix Polska. Keiner. Ja. Hier siehst du, wir verstehen uns gut. Der Flirt bis jetzt ist gut. Sie lacht. Sie reagiert gut auf meine sexuellen Statements. Stellt Gegenfragen. Also das Interesse, die Grundanziehung ist auf jeden Fall da. Auch die Freundin findet mich sympathisch und pusht sie ein bisschen. Das sieht sie jetzt nicht im Video. Sie war halt neben mir, hat auch mitgelächelt und mit der Freundin gesagt, cooler Typ. Hat man leider nicht gehört. Auf jeden Fall, was du dann machen musstest, wenn das gut läuft. Die Logistik abgecheckt. Grundanziehung ist da. Ja, jetzt willst du irgendwann closen. Jetzt willst du wirklich die Katze den Sack zumachen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen geflirtet. Dann kam raus, sie hat einen Freund. Dann habe ich gesagt, alles gut. Sie hat einen Freund. Völlig okay. Ich respektiere das. Aber sie hat Anziehung. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gesagt, hey, gar kein Problem. Ich respektiere deine Situation. Aber grundsätzlich gefällt dir auch, wenn du Single wärst. Und dann sagt sie, ja. Grundsätzlich, wenn sie Single wäre, ja. Dann habe ich gesagt, hey, ich gebe dir einfach meine Nummer. Und wenn du wieder Single sein solltest, kannst du dich gerne bei mir melden. Warum? Aus meiner Erfahrung. Ich habe, wenn ich so 100 Nummern weitergebe. Eine kleine Statistik. Die haben sich bei mir mit der Zeit mehr als so um die 15 Frauen gemeldet. Weil einige sind in der Zeit Single geworden. Vielleicht gibt es einige, die gelogen haben, dass sie Single sind. Weil sie am Anfang überfordert waren. Aber sich gedacht haben, okay, war ein cooler Typ. Das kann alles sein. Wenn du aber merkst, die Grundanziehung ist da. Ich würde gar nicht vergebene Frauen versuchen zu verführen. Das ist bei mir ethisch nicht so schön. Aber wenn die Grundanziehung da ist, dann kannst du einfach deine Nummer dalassen. Und wenn sie mal Single sein sollte oder Lust hat, würde sie sich bei dir melden. Und das ist ein Bonus, den du gerne mitnimmst. Und wenn dir bis dahin das Infid gefallen hat und du sagst, geil, so selbstlos und charmant möchte ich auch mal Gruppen ansprechen lernen oder grundsätzlich Frauen ansprechen, daten und verführen, dann verschwende deine Lebenszeit nicht. Trag dich unten in der Videobeschreibung bei unserem Kontaktformular ein. Oder besuch unsere Webseite. Da kannst du auch mal noch Testimonials von alten Teilnehmern sehen und dich dann auch beim Kontaktformular eintragen. Und dann werden wir innerhalb der nächsten drei Tage zusammen telefonieren, schauen deine individuelle Situation an, skizzieren einen Fahrplan für dein Datingleben, machen einen konkreten Plan und dann legen wir los, wenn das mit uns passt. Und dann wirst du auch in wenigen Wochen, genauso wie du mich gerade gesehen hast, ganz entspannt auf Frauen zugehen können, in Gruppen, egal wo, wann. Und auch im besten Fall die Frauen verführen. Und wie lange bist du in Augst? Dein Deutsch ist voll gut, ja. 7. April 2022. Du hast in einem Jahr so viel Deutsch gelernt? Ja, schon bis zwei. Du bist super smart, brave. Nein, ich bin sehr geredet und ich höre da. Lauf, lauf. Du bist der erste Tatsch. Ja, tippe, kochaya. Äh, wow, du bist cool. Ich kann auch singen, ja, so Deutsch. Nein, schwarz, ich kann leider nichts singen. Ich habe leider nur Türkisch, Türkisch kann ich singen. Äh, schau mal, dein Plan B. Ich weiß nicht, wenn du wieder singen bist und Lust hast, kann ich... Okay, ja, danke. Ein Gentleman? Okay. Doch, du siehst auch gut aus. Danke. Schönen Namen. Was heißt deinem schönen Namen auf Ukrainisch? Äh, Harno Hovetschera. Harno? Harno Hovetschera. Hovetschera. Ja, richtig. Ja, ich hab's gemacht. Ja. Ich kann Französisch, Türkisch, Italienisch, Englisch, Deutsch. Französisch, Italienisch? Du weißt, Französisch? Nein, nein, leider nicht. Das ist sehr dommage, mein Kör. Aber ich will in Zukunft Französisch und Italienisch lernen. Ja, wenn du ein gescheiten, gut aus dem Mann bist, du hast meine Nummer, ja? Ja, okay. Dann musst du ja Türkisch, Französisch, alles. Okay. Und du machst mir, wenn ich wieder meinen Sixpack habe, meine schöne, schöne, äh, Model für mich hier, Design. Ja, genau. Tutte Lederjacke. Nein, das ist ein sehr guter Hose. Ein bisschen? Nein. Plan B? Boy first? Alter, hast verstanden. Ah. Future. Plan A. Future. Zukunft. Traummann, ja. Okay, schönen Abend. Hier gegen Ende siehst du noch, dass ich, nachdem ich meine Nummer weitergegeben habe, mit der Frau noch ein bisschen, ein, zwei Minuten weiter geredet habe. Das musst du grundsätzlich nicht tun. Macht aber Sinn, wenn der Vibe sehr gut war, um einfach diesen Moment zwischen euch einfach zu intensivieren. Das ist ein kleiner Bonus, den du nutzen kannst. Und wenn dir das Video gefallen hat und sagst, geil, ich möchte jetzt weiter wissen, wenn du Frauen ansprichst, dann geht hier oben rechts das nächste Infilt gleich weiter. Da spreche ich eine Frau im Laden an und hole die Nummer. Bis zum nächsten Mal.